und da sind wir auch schon wir sind im menü haben jetzt eine lange lange pause hinter uns gehabt wir sind attribut 78 haben 10.000 dollar wochen gehalten auf jeden fall schon mal easy und ja habe in der situation sieht eigentlich gut aus aber kann besser werden und wir schauen mal was uns jetzt alles ist als nix erwartet simmons und wir haben den die wir wollten dich unter allen umständen dabei haben junge du hast eine rolle im nächsten fernsehspot zusammen mit einem kumpel dreharbeiten beginnen nächste woche der job als agent gefällt mir richtig gut super ich kann es nicht fassen freut mich für dich wirklich man will immer dass es die kinder einmal besser haben also ich ich würde gern mit dir über etwas wichtiges reden nicht hinsehen aber ist das nicht das mädchen aus der kabine kim was willst du hier weiß er bescheid kim gab wohl nie die richtige gelegenheit ich wollte dich schon lange treffen ich konnte es nicht glauben als der sagte dass du herz ist dad was du hast es ihm nicht gesagt alex warte das ist meine schwester alex ich wollte warten bis du dich eingelebt hast du musst dich auf den fußball konzentrieren soll das ein dummer witz sein man genau das frage ich mich auch du hast es ihm ernsthaft noch nicht gesagt das das ist alles zu viel ich fasse es nicht alex ich brauche einen moment okay anscheinend haben wir jetzt eine schwester es ist da vom anderen modder ja freunde wir haben jetzt noch mehr familienzuwachs und zwar wurde das alles geheim gehalten aber mal gucken da muss jetzt alles klar man alex hunter and of the stars so you want to be seen walking around with me i'm man enough to admit it when i'm wrong thought you were a joke when you started hanging with a list but you've been playing out of your mind man abs halt einfach also was großartig spiel ich habe es einfach drauf danke meine kreis meine oberste priorität bedanken wir uns einfach vielen dank dafür das keep up the good work don't begin to da so bei der hollywood lights hallo zusammen hier sind wolf fuß und frank buschmann und wir begleiten die heutige partie aus der liga für sie hoffentlich bekommen wir heute ein gutes spiel zu sehen die fans machen auf jeden fall schon mal richtig gute stimmung im heutigen spiel geht es für die wancouver white caps gegen galaxy da die einblendung so will der gastgeber heute starten wir sehen bei ihnen heute ein 451 aber offensiv ausgerichtet und entsprechend stehen die mittelfeldspieler und gibt es jetzt die führung aber da machen sie nichts aus dieser chance der trainer ärgert sich der trainer ist sauer da muss mehr kommen das könnte die chance werden jones und er gewinnt in zweikampf wo ist denn fall wenn ich das alexander bis jetzt eine gute aufgabe machen den ball holt er sich ist auf jeden fall das spiel gewinnen damit wir die situation jetzt wird es gefährlich sieht nicht gut aus jetzt schießt er sie wollen heute in die playoffs die spieler von l.a. aber so wird das nix der wolf ist deutlich zu erkennen die ärgern sich immer noch über dieses gegentor sie müssen eine reaktion zeigen und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen alessandrini gibt es jetzt die gelegenheit dos santos jones da kommt der schuss jungen war das knapp da können sie jetzt durchatmen da hinten da waren sie doch noch zur stelle watson jetzt könnte gefährlich werden toller pass gute aktion weit vorbei eigentlich gut gedacht aber es fehlt einiges das santos alles an brini super pass mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor jetzt vielleicht er hat den pfosten aber es geht weiter dame alessandrini guter pass immer noch gefährlich guter stein passt kein tor ich hab ihn drin gesehen da hätte nur um ein haar den ausgleich gehabt mann alles platz jetzt und jetzt ist dabei geklärt der ball im haus da haben sie es super druck gemacht gibt ein wurf gutes stellungsspiel und so holt er sich den ball und jetzt die chance dann darf man sich freuen die fans fiebern die schlüssel entgegessen da machst du als tor war natürlich nichts aus der entfernung das stimmt kein vorwurf 1 1 wieder unentschieden der spielverlauf ist völlig offen das könnte gefährlich werden nicht gut vom verteidiger und hunter bald schon wieder weg gut gemacht hier kommt die nachspielzeit zwei minuten gibt es jetzt vielleicht mal alexander alles an in richtung play-offs ja sieht gut aus könnte heute mit der qualifikation anstoß und damit läuft die zweite hälfte dieser partie ballverlust los angeles über außen so hat es jetzt und er gewinnt den zweikampf laber hunter da kommt der schuss der wäre gut gekommen aber der spieler blockt den ball ab jetzt könnte der pass kommen es gibt einwurf für l.a. jetzt kommt hier der wechsel alessandrini hunter zahres jonathan dos santos da können sie nicht entscheidend klären jetzt ein weiterer einwurf dann wird es brenzlig er schlägt holt klasse einsatz aber kommt auch an den ball da ist die flanke da ist die flanke da können sie erst mal klären und hunter er passt auf und holt sich im mittelfeld den ball die spieler sind noch mal schön dazwischen gegangen ballverlust so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren da geht er dazwischen das santos wird das da kommt der pass klasse gemacht jetzt vielleicht der führungstreffer in dieser partie riesenjubel das gibt erstmal sicherheit das gibt selbstvertrauen meine freunde den ball schickt er mit viele fehl ins tor ein richtig schöner treffer respekt doch jetzt am besten aus 2 1 hier ist noch alles drin das ergebnis und gab es laber williams jetzt wird es gefährlich hereingabe jetzt der ball an den posten und wieder ins feld geklärt aber der ball ist noch heiß sehr guter einsatz dos santos hunter kurze flanke ja da sagt der tor war natürlich dankeschön kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch wird es jetzt gefährlich die defensive steht wenn es jetzt schnell geht dann wird es gefährlich klasse aktion ball ist weg ein enges ding bis hierhin und noch ein paar minuten zu spielen das könnte gefährlich werden er kann ihn nicht aufhalten sie wollen klären und jetzt der schuss ich hab ihn drin gesehen oh war das knapp bei so einem ding musst du natürlich auch ein bisschen glück haben hat leider gefehlt die verantwortlichen dürften zufrieden sein sie liegen vorne mit dem wechsel will man nun sicher auch für absicherung sorgen der pass sehr ungenau wird abgefangen dabei brauchen sie so dringend einen treffer mit diesen fans im rücken geht jetzt vielleicht noch mal was oder buschi ich glaube auch das könnte hier noch mal eine ganz ganz enge kiste werden mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor jones das ist der schluss für heute die galaxy stehen in den play-offs und wer hätte das gedacht vor einigen spielt das war alles nach einer von cox saison aus und dann kam es auf jeden alex hunter sie holen sich den sieg heute sein fahrzeug da für mich das passende ergebnis sie haben eine gute leistung abgerufen und waren einfach besser als der zum genühen und schauen was uns erwartet gut schluss gut Alex, Sie waren heute wirklich beeindruckend und haben dazu noch eine Führungsrolle übernommen. Man darf sich nicht nur für den Besten halten, man muss es beweisen. Das Playoff-Ausdorf sich einfach nicht zulassen. Die Taktik des Trainers ist perfekt, natürlich. Ich muss mich beim Trainer bedanken. Seine Taktik war perfekt, ich habe nur getan, was er wollte. Na trotzdem, es war klasse, wie Sie das Spiel dominiert haben und verdient in die Playoffs eingezogen sind. Wir denken von einem Spiel zum nächsten, aber wir sind bereit. Nochmal Glückwunsch und viel Erfolg in den Playoffs. Vielen Dank. So, wir sind jetzt in den Playoffs, meine Freunde. Und ja. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ja. Ist auf jeden Fall ein Muss, ne? So, Waiting, also Attribut, kann normalerweise steigen. Wir haben jetzt wirklich gut die Leistung gezeigt. Die Leistung muss ich auch belohnen. So, hier sind wir wieder in unserer Villa. Oh, march。 Das war's. Vielleichtical. Ich hab dann gesagt! Ich hab jem. Wie ich meinen Freund. Ich hab lange mal nichts geflogen.